Hier ist das. Da sind wir wieder mit dem nächsten Part von Warframe. Oh man, wir sind immer noch hier am Schnetzeln. Wobei ich momentan mehr auf der faulen Haut lieg. Da die ganzen Gegner von den anderen abgeschnitzelt werden. Hat der gerade eine Decker rät gesagt? Decker rät mit mir müde? Oh man. Oh man. Schade. Ich wäre ja so gerne effektiver, aber... Irgendwann sind die ganzen Dingen auch einfach zu stark. Ich meine, in dem Fall kommen sie ja nicht mal an uns ran. So. Okay. Und es wird weiter. Oh jetzt sind wir auch noch ein paar. Oh. Oh. What the fuck? Oh oh. 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 Oh oh. 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 da wird ein viel helfen dieser bitteschön aus aber das ist auch nur so ein kleiner trick so ein schönes schild gemacht so was liegen die gegner weg und alles was sich darin befindet wenn ihr so ein kopf abschießt wird auch fast kaputt auf jeden fall könnte die gegner kurzzeitig ist dann naja und da ist was in dem schild drin ist ist auch noch arsch langsam einfach klasse so Also, Ostbeilaufschild, kabur. Und da, merke, immer merken, das ist wichtig. Oh, sehr schön. Hm, ich werde mit dem Valkyrie ja jetzt schon Fahrgegner mehr weggeschmissen. Hm, bringt zwar nicht so viel, aber ich mache es trotzdem einmal. So, kämpft gegeneinander, kämpft. Kämpft, meine kleinen Affen. Tanzt, meine Affen, tanzt. Hm, wie hat der Bogen echt an Power verloren, habe ich das Gefühl. Dass auch die Motzen nicht funktionieren. Ich meine, explodieren tun die Pfeile ja schon noch relativ oft, aber... Ich kriege die Schaden, der sagt man weg. Oh Mann, wir haben noch vier ganze Runden vor uns. Oh, das wird noch was langes werden. Ach, das ist auch immer so geil, wenn die Jünger mit einem Pfeil mitgerissen werden. Wie ist immer so schön. Wie ist immer so schön, wenn die Jünger mit einem Schaden zu erhalten? Wie ist immer so schön. Mann, oh man aber ist wieder der nachteil man kann selbst nicht durch ein schild schießen und ihn auch nicht selbst zerstören aus man hat dann als weitere waffe ich kann es nur wiederholen und ich liebe es noch zwei ganze wellen müssten verschaffen ich will den platzen lassen ich will auch die waffe da haben dann möchte ich mir bald mal die ganzen europäne und die ganzen großstücke das kann so nicht weitergehen scheiß das ist Das war's für heute. Schön, so gepustet. Sehr schön. Jetzt haben wir ihn hier immer noch. Sollen wir, der hat doch gar keine Waffen da. Was sind denn die Schubbüten, die ich dir mal gegeben habe? Ja, das habe ich gemeint. Dann hängen sie hier schön. Ja, die Nubi. Ja. Ist das. Ich bin der Einzige, der hier lief. Der Einzige, der es geschafft hat, auf den Boden zu fallen. Oh Mann. Komm schon. Das ist spektakulär. Oh, yeah. Ich mach dem ja gar kein Damage. Oh man. Das ist ja echt scheiße. Das ist richtig scheiße. Oh, Dreck. Erledigt. Puh, ich spiele das Trauma. Oh ja, Nachladeschaden. Hä? Äh, Einschlagschaden. So, die haben nicht da gelesen. Glaube ich. Hm. Naja Leute, danke fürs Zuschauen und... Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.